Weiter geht's mit Let's Play The Walking Dead. Oh, dang it. Kenny wurde in der letzten Episode übelst zugerichtet. Und wir wollen flüchten, heute Nacht mit Bonnie. Was hat sie gesagt? Sie sagte, sie kann uns aus der PIN, wenn wir das PA-system gehen können. Als nächstes sie das hören, sie wird uns überrascht. Das ist großartig. Das ist nicht großartig. Was bist du? Schau, ich weiß, dass das eine Sache ist. Ich weiß, ich war Hunger, ich habe Reckless versucht, zu holen, und ich wurde verabschiedet. Warum ist es großartig? Weil die meisten von uns sind zu verdammt, oder zu verabschieden. Und in der Fall, es ist riesig als hell. Es ist ziemlich riesig, Leute. Risky. Did you see what that son of a bitch just did? Look, the plan works. Nothing needs to change. It's all set up. The hard part is done. This guy's fucking crazy. Who knows what he'll do next? Yeah, but now we're dealing with a guy beat to shit. Sarita in no shape to do anything, and I'm a goddamn mess. Look, we should rest up. Okay, we should bide our time. And we should wait for an opening. Bonnie's agreeing to help us tonight. And that doesn't mean she can't do it some other night. I don't know, guys. Luke's making sense. Maybe we should wait. We're not waiting. Ain't nothing out there, guys. Trust me, I've looked. There's no food. There's no supplies. They picked everything clean. I'm just saying, we gotta be sensible about this. Where's Kenny? Doc's over there working on it. And don't look good. Ich hätte gerne einen anderen Plan, als sie die Zombies reinrennen zu lassen, die Beißer. Denn Kenny kann bestimmt nicht flüchten, der geht drauf. This is what I'm talking about. We're in no shape to go now. Can I see him? I don't think that's a good idea. His orbital is crushed. I don't think there's much hope for the eye. I got him as stable as I could. Cleaned it. Got some of the swelling down. Bandaged it as best I could. But until he wakes up, we won't know if there's any damage to the brain. Fuck. Okay, look. Maybe I'm just playing devil's advocate here, but if... Dammit, if y'all are serious about going tonight, then we're gonna have to start talking about maybe leaving some folks behind. No! There is no other way. This is bullshit. Well, I don't like it either, but guess what? It's where we're at. Kenny and I are only here because of you people. And now you intend to leave us behind. So we should risk all of our lives? What are you saying? Nothing. I'm just thinking out loud here. We are not leaving him. We'll figure something out, okay? Just... It's not fair. Life ain't fair, Clem. We're just trying to make the best of a bad situation here. No one wants to leave Kenny. Good. Because you won't have to. I'm all right, hun. We leave tonight. Plan don't change. Not bad, old man. Thanks, asshole. You are one tough bastard. Do tough bastards get their ass kicked in front of everybody? You all right? That wasn't your fault, okay? So don't go blaming yourself. It's all right. Das wäre auch übel geworden. Hätten wir Kenny zurücklassen müssen. Well, then what now? We get the hell out of here. Like now, now. Yes. Where are we going? Case, things get squirrely and we gotta make a break for it. We need a place to meet up. We can meet out at Parker's Run. The hell is that? It's a Civil War site a few miles north. Tourist traffic. Got signs all over. Just follow the road. We stop there after we escape the first time. Luke and Carlos know where it is. It's not that far. Well, at least if a few folks know where it's at, it'll be easier to find if we're split up. All right. That works. Then we just need someone to go set off that PA, right? I mean, he never bothered to explain who's supposed to do that. Na super. Es liegt wieder an uns. Die Situation zu richten. Wait, wait, hold on. She's the plan? I'm gonna need a boost. Be sure to remember to flip the switch for the outdoor speakers. Just the indoor speakers might not draw the herd. It's right on the microphone box. Right. By default, it's set to play music. So you should just have to turn it on, right? Then climb back up and drop into the stock room. We'll meet you there. Down into the office. Outdoor speaker switch. Turn on PA. Up to the roof. Down into the stock room to meet you guys. That right? Perfect. Okay. Be careful. Ich hoffe, das haut hin. Also jetzt wird's echt spannend. Alter Schwede. Wieder liegt es an uns. Schnell in sein Büro. Carvers Büro. So. Und hier müssen wir wieder das Eingemachte. Das PA-System. Moment. External speakers. Okay. Now the mic. Ja, eine Sekunde. Wir schauen uns hier erstmal noch weiter um. Ich schaue mich mal gerade hier auf dem Desk um. Auf dem Schreibtisch. Only one bullet. Immerhin. Das war nicht unklug unbedingt. Können wir dahinter lang gehen? Können wir? Was ist hier sonst noch im Büro? Alter, der komplett blutige Stuhl. Der Typ ist einfach krank. Der erinnert mich wirklich an den Governor. Sehr ähnlicher Charakter wie aus der wirklichen The Walking Dead Serie. Ein bisschen Zeit haben wir bestimmt. So schnell kommen die nicht zurück. Aber sonst haben wir ja tatsächlich nichts. Okay. Immerhin haben wir die Knarre mitgenommen. Okay. Na toll. Da unten. Komm schnell rein damit. Komm schnell rein damit. Komm schnell rein damit. Komm schnell rein. Bitte, arbeite. Diesen 4. Juli. Bekau dir, dass dein Backyard-Barbecue fertig ist. Mit Haus-Full-Line-Products, um deine Grilling-Needs zu treffen. Bitte schön. Jetzt wird interessant. Oh Backe. Ich hoffe, die anderen haben's gepackt. Jetzt geht's auf die Schnauze. Keine Sekunde gezündet. Und jetzt sollten wir das Teilchen abschalten. Komm mal, Luke. Das ist nichts von deinem Geschäft. Das ist nur ein bisschen eine Kustodien-Battle, die wir hier an unseren Händen haben. Wir sollten ihn aufziehen. Ja. Ja, okay. Okay, wir haben noch keine Rache? Rache für Kenny. Verständliche Rache. Der hat nur ne Knarre. Alter Schwede. Jetzt geht's aber ab hier. Der O-Backe. Geh an und warte draußen. Und Kenny entwickelt sich direkt zum nächsten Despo. Wir müssen gehen. Kenny, bitte. Dein Hass beruht auf Gegenhass und ist immer der falsche Weg eigentlich. Aber verständlich ist er. Ich brauche nur eine Minute. Geh an. Du musst nicht das sehen. Die Frau hat bereits mehr gesehen, als du siehst. Schau dir Mund, Bill. Du musst alle einfach nur das machen? Ja. Es gibt keine Kustodien-Berrache, aber das macht das richtig. Kenny, bitte. Das macht nicht. Es muss sich gemacht werden, Clem. Schau dir. Du scheiß ingritten. Du wirst nicht wissen, wie gut du hast. Das ist okay. Du wirst lernen. Lamm zu den Schlauern. Kein Schöpfer zu steuern. Clementine weiß genau was ich zu sprechen. Komm schon. Komm schon, Clem. Bögen, großartig. Let's go. Nein, ich werde dich nicht sehen. Das ist nicht deine Entscheidung. Hatte, Frau. Sie nicht Angst zu sehen, mich in den Augen. You go with that feeling you got right now, Clementine. That's what makes you stronger than the rest of them. Let's go. Yeah, go on. Let the sheep out of the pen. We'll see how long that lasts. I'll be right there. You won't see anything. That's funny, coming from you. How's that eye? Just roll my voice. It'll get you there. You got a thick fucking skull, Kenneth. I should have put you out of your misery right then. Now look at you. You're a mess. The fuck are you looking at, bitch? Don't act like you didn't love every second. Oh, man. That's right, Shreddy. Ruhe in Frieden, Carver. Du Dreck, Sack. Let's go. Aber das war ja schon ein bisschen zu krass. Wut gegen Wut. Rache gegen Rache. Hass gegen Hass. No, no, I'm-I'm all right. Come on. We got enough to worry about. Man, we're never gonna make it through this. You kiddin' me? If Clem can handle it, you can. Shit. I thought they were coming from the south. They did. Looks like we're in the eye of it now. Fuck. This is fucked. Here. You're gonna need something. Thanks. Hallöchen. Und jetzt einreiben mit der Brühe. Das ist lecker. Zum Glück haben wir die hässliche Jacke. We're gonna have to, Sarah. Okay. Now you. Turn around. Smells gross. Oh, shit. Everybody, shoot the fuck up. Everybody, shoot the fuck up. Okay, honey. Just stay still. Uh, are you sure? I'm sure. There's nothing to fear if you remain calm. I'll keep you safe. Hurry the fuck up. Turn around. I'll get your back. We ain't got all day here. Everybody ready? They're almost all us. What in the actual fuck is going on here? What is this sick shit? Someone say something before I start... Hey, hey, hey! Don't you even fucking think about it, motherfucker. I will end you, you hear me? Troy. Troy, we talked about this. What? The fuck you talking about? I told you I wanted to get out. You said you'd help, then I'd help. I thought you meant get out of the pen. Not whatever the fuck this shit is. I did. But now we can leave. Troy, you can come with us. What? Well, where would we go? Away from here. Together. Man, you smell really bad. You gotta get a bath before we... Try is now out of the way. And we have to go through the walker. Durch die Lurker. Durch die Beißer. We got this, y'all. Is that tape? Where's Bill? We need him up here! Stay calm. Shh. Gonna be okay. Don't cry! Alter Schwede. Oh nein! Oh mein Gott, der sollte auch ruhig bleiben, bitte schön. Nein. Nein! Das wollte ich damit eigentlich nicht erreichen, verdammter Hacke. Jetzt müssen wir noch auf Sarah achten. Verdammt. Ach. Muss das sein? Boah. Ich bin auf dem Schädel. Und rein mit der Pampe. Da kommt weg der Nächste. Shit. Okay. Das war ein schlechter Plan. Scheiße. Ach, du Heilige. Wir können nur den Arm erpacken eigentlich. Jetzt. Oh mein Gott! Nochmal. Einzige Chance. Alter. Schwede. Was für ein krasser... Ey, mir verschlägt's die Sprache. Was für ein heftiges... Ding. Boah. Und jetzt die Vorschau. Was wird passieren? Sarah's glasses. She's gonna get someone killed. You didn't have to take the radio. Carver wouldn't have hurt me like this. Of course I had to. No telling what that asswipe would have done to you. So how's it look? Am I still gonna be pretty when this heals? You need to get past that walker without drawing all the others. What are you gonna do? Not now. Not now, Danny. Damn it, where the fuck is Luke? They're all gonna die, Clementine. Don't let them pull you down with them. So, jetzt erstmal tief durchatmen. Boah, war das ein Ende mal wieder. Ich muss sagen, kein Spiel schockt so krass wie The Walking Dead. Und kein Spiel stellt einen auch vor so krasse Entscheidungen. Oh Mann. Und diese Entscheidungen sind jetzt hier unter anderem abgelichtet. Wer hat zum Beispiel Sarah mit diesen Pflanzen geholfen? 80,8% der Spieler haben Sarah geholfen. Fast alle also. Ja, wer hat Bonnie über Luke etwas erzählt? Das waren 51,7% der Spieler. Ja, und dann mit dem Walkie Talkie waren 54,7%. Und ja, den Tod von Carver. Den haben 72,3% der Spieler bisher sich angeschaut. Ich spiele jetzt aber auch ziemlich früh zum Release. Also ich weiß noch nicht, wie genau die Statistik hier ist. Und den Arm von Sarita haben 84,2% abgeschlagen. Wir wissen aus der Serie von The Walking Dead, dass da durchaus was dran ist, dass man dann überleben kann. Allerdings hat es bei Lee ja nicht geklappt in der ersten Staffel dieses schönen Spiels. Und ich muss sagen, es ist immer wieder atemberaubend. Es ist aber immer wieder schade, dass man so ewig lange jetzt auf eine neue Episode warten muss. Also auf einen neuen Spielabstand. Nicht auf eine neue Folge, auf die dementsprechend dann aber leider auch. Oh Mann, und ich wünschte, ich könnte direkt weiterzocken und es euch zeigen. Und gemeinsam könnten wir dann wieder weiter mitfiebern und so. Einziger Wermutstoffen natürlich, das Spiel ist auf Englisch. So, wir machen mal weiter. Und ich entlasse euch jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt gibt es noch ein bisschen richtig, richtig coole Musik auf die Ohren. Das ist nämlich auch echt, echt geil gemacht hier von Telltale Games. Nicht nur die Story, sondern auch die Musikauswahl. Immer an den Credits einer Episode, eines Spielabschnitts. Das muss ich sagen, ganz großes Kino. Naja, und ansonsten wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Es ist mir eine Ehre. Danke, dass ihr so fleißig mitgeschaut habt. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen superschönen Tag. Wir sehen uns beim Let's Play anderer Art oder eben bei The Walking Dead in ein paar Wochen. Oder vielleicht direkt bald, wenn du das Let's Play nicht top aktuell schaust. Adios. 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 Untertitelung des ZDF, 2020